Georg Hauptmann Kühl war ein deutscher Fußballspieler. Spielerlaufbahn Georg Kühl gehörte als Torwart zu den Mannschaften des 1. FC Nürnberg, die mit der Deutschen Meisterschaft 1936 an die zahlreichen Erfolge des Klub der D-Arkade 1920 anknüpfen konnte. Zu den Stärken des relativ kleinen Kühl gehörte neben guten Reflexen auf der Linie die große Fangsicherheit, der sich die Bälle mit teilweise spektakulären Flügen durch den Strafraum sicherte. Damit stand er im direkten Gegensatz zu seinem legendären Vorgänger Heinrich Stuhlfaut und dessen Motto »Ein guter Torwart wirft sich nicht«. Seinen Spitznamen Hauptmann Kühl erhielt Kühl nach dem Dienstrang des damals deutschlandweit bekannten Transatlantik-Fliegers Hermann Kühl. Im Oktober 1929 gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Zunächst fiel es ihm schwer aus Stuhlfauts Schatten herauszutreten. So notierte Trainer Jeno Konrad im Juni 1930. Am unzuverlässigsten sind Kühls Leistungen. Doch bald stabilisierte sich Kühl und wurde unumstrittene Nummer 1 im Klub da. Der städtische Angestellte galt als auffallende Erscheinung, der außerhalb des Platzes die Herzen der Frauen zuflogen. 1932 wurde er erstmals in eine süddeutsche Auswahlmannschaft berufen. Ein erster großer Karriere-Höhepunkt war das Finale um die deutsche Meisterschaft 1934, dass der 1. FC Nürnberg jedoch mit 1 zu 2 gegen den FC Schalke 04 verlor. Dem entscheidenden Treffer soll jedoch ein Foul von Ernst Kutz-Ora vorausgegangen sein. Im folgenden Jahr gelang jedoch im Pokal die Rewasche, als der Klub das Finale 1935 gegen Schalke mit 2 zu 0 gewann. Kühl hielt dabei bravourös. Mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 1936 krönte Kühl seine Laufbahn, zu der 1939 noch ein weiterer Pokalgewinn gehörte. Während Kühl im Verein unumstritten Stuhlfauts Nachfolger wurde, gelang ihm dies in der deutschen Nationalmannschaft nicht. Dort war der Regensburger Hans-Jakob Stammtörwart. Lediglich als amtierender deutscher Meister hütete Kühl am 21. März 1937 beim 3 zu 2 gegen Luxemburg das Tor der Nationalmannschaft. Trotz einer guten Leistung gab ihm Reichstrainer Otto Nerz keine weitere Chance, was viele Experten mit der geringen Körpergröße Kühls erklärten. 1939 wurde Kühl als einfacher Soldat in die Wehrmacht eingezogen. Das letzte seiner 490 Spiele für die 1. Mannschaft des 1. FC Nürnberg absolvierte er am 26. September 1943. Danach erlitt er an der Front einen Armdurchschuss, der eine schwere Infektion auslöste. Kühl verweigerte sich aus Sorge um seine Torwartkarriere einer lebensrettenden Armamputation und verstarb am 15. Januar 1944 in Krakau im Lazarett. Erfolge